Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video möchten wir uns gerne damit befassen, was kritische Medienkompetenz für uns Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner konkret in der Kursvorbereitung bedeutet. Wir sind ja in unserer alltäglichen Arbeit eigentlich ständig damit konfrontiert, irgendwelche Materialien zu erstellen, seien es jetzt Folien, Übungen, Broschüren, Programmhefte und so weiter. Und dazu brauche ich natürlich Medien wie Fotos und ich brauche auch Informationen, die ich irgendwie beziehen muss. Jetzt ist es so, dass ich als kritische, medienkompetente Erwachsenenbildnerin natürlich hinschauen muss. Welchen Subtext vermittle ich jetzt mit welchem Bild und was hat meine Quellenauswahl eigentlich damit zu tun, wie ich einen Inhalt vorbereite? Dazu vielleicht ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Angenommen, ich möchte jetzt Folien gestalten und ich brauche dazu aus irgendwelchen Gründen ein Bild einer Familie. Gut, was mache ich da jetzt einmal? Ich glaube, der erste Gedanke ist bei vielen mal googlen, weil sich die Google Bildersuche anschauen. Und da fängt es schon an. Ich muss nämlich da schon mit Bewusstsein darüber, dass Google mir jetzt nicht unbedingt neutrale Suchergebnisse ausspielt, sondern Suchergebnisse, von denen die Suchmaschine vermutet, dass ich sie sehen möchte. Das sind also die beliebtesten Suchergebnisse, also die, die am meisten angeklickt wurden. Und Google benutzt eben auch meine persönlichen Daten, mein Surfverhalten, mein Alter, meinen vermuteten beruflichen Hintergrund, meine Gerätedaten, die wiederum Aufschluss darüber geben, welche Geräte ich mir leisten kann. Das alles benutzt Google, um eben ein Profil über mich anzulegen und mir dann tendenziell personalisiertere Suchergebnisse ausspucken zu können. Ganz stark ist dieser Effekt ja bei den sozialen Medien. Ganz besonders natürlich bei Facebook. Hier bestimmen wirklich Algorithmen, was ich zu sehen bekomme und was nicht. Diese Algorithmen sind einerseits dazu da, um eben mich zum Dranbleiben zu animieren, zum weiterscrollen, zum liken, zum posten, zum kommentieren. Und gleichzeitig kann da eben auch Werbung eingeblendet werden. Und so macht Facebook eben den Umsatz. Ein zweiter Aspekt ist, dass ich eben durch diese algorithmische Berechnung meiner Präferenzen einfach nur mehr das zu sehen bekomme, was mich ohnehin in meiner Meinung bestätigt. Das heißt, es kann unter Umständen sein, wenn ich viele Informationen von sozialen Netzwerken beziehe, dass ich eigentlich ein ziemlich einseitiges Weltbild habe. Ich bin also in meiner sogenannten Filterbubble drin. Und noch einmal ganz viel grundlegender ist es einfach so, dass soziale Normen eben auch bestimmen, welche Bilder wir zu sehen bekommen im Internet. Wenn wir jetzt noch einmal auf unser Familienbeispiel vom Anfang zurückkommen, dann können wir, wenn wir es in der Suchmaschine eingeben, sehen, dass die meisten von uns eben folgende Bilder zu sehen bekommen. Daran ist jetzt einmal auf den ersten Blick nichts besonders spezielles. Auf den ersten Blick scheint ja alles normal. Aber auch hier müssen wir eben vorsichtig sein, denn es handelt sich vorrangig um weiße, junge Familien mit zwei Kindern, einem jungen und einem Mädchen. Und alle Familienmitglieder sind besonders glücklich und attraktiv. Diese Bilder entsprechen klar einer gängigen Normalitätsvorstellung, also einer sozialen Norm. Sie haben aber nicht unbedingt damit zu tun, wie reale Familien wirklich ausschauen. Denn wie wir ganz genau wissen, gibt es verschiedenste Normalitäten, verschiedenste Konstellationen und verschiedenste Alltagsrealitäten, die in solchen Bildern eben nicht abgebildet werden. Wenn ich jetzt so ein Bild auswähle, muss ich mir eben als kritische, medienkompetente Erwachsenenbildnerin darüber bewusst sein, welche Vorstellung ich eigentlich damit verstärke und was ich aber auch ausschließe. Wie eingangs jetzt schon erwähnt, suche ich ja nicht nur Fotos im Internet, sondern beziehe auch andere Quellen eben aus dem Internet, wenn ich mich zum Beispiel thematisch auf etwas vorbereiten möchte. Es kann eben sein, dass ich tendenziell eher Suchergebnisse bekomme, die mich ohnehin in dem bestätigen, was ich schon glaube. Das kann problematisch sein, vor allem dann, wenn ich zum Beispiel kontroverse Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten möchte und da verschiedene Meinungen haben möchte. Es ist hier wirklich dann angeraten, spezifischere Quellen als Google herzunehmen oder eben ganz bewusst nach konträren Meinungen zu suchen. Oder ich verwende von vornherein eine andere Suchmaschine, bei der eben diese Google-Algorithmen nicht wirksam sind. Ein Beispiel hierfür wäre die Meta-Suchmaschine DuckDuckGo. Hier bekommen alle Nutzerinnen die gleichen Ergebnisse, weil die eben nicht personalisiert werden. Und DuckDuckGo legt auch kein Nutzerinnen-Profil über mich an. Das heißt, meine Privatsphäre bleibt hier viel besser gewahrt. Beim Thema Quellen ist es eben auch wichtig, mir immer die Frage zu stellen, was ist jetzt eine vertrauenswürdige Quelle und was nicht. Dazu muss ich mir zumindest drei Fragen stellen, nämlich wer hat den Inhalt verfasst, auf welche Quellen geht dieser Inhalt zurück und sind diese wiederum vertrauenswürdig? Und drittens, welche Interessen könnten hinter dem Inhalt stehen? Wenn man jetzt auf Internetseiten unterwegs ist, dann können die sogenannten Extensions, also der letzte Teil der URL, darüber Auskunft geben, mit welcher Seite ich es da gerade zu tun habe. Beispielsweise das Kürzel GV steht für Regierungsseiten, EDU deutet auf Bildungsseiten hin und wenn da das COM steht, dann bin ich eher auf einer Unternehmensseite unterwegs. Bei Medien, die dem österreichischen Mediengesetz unterliegen, da lohnt sich ein Blick in das Impressum und in die Offenlegung. Dort müssen die inhaltliche Ausrichtung sowie die Eigentumsverhältnisse eines Mediums transparent gemacht werden und das hilft mir dann eben in der Bewertung dieses Mediums, in der Seriosität. Ein ganz konkretes Beispiel bei Zeitungen, da wissen wir alle, da stehen gewisse Weltbilder, gewisse Eigentumsverhältnisse dahinter und je nachdem wie diese beschaffen sind, wird auch die Berichterstattung bzw. die Argumentation in diesen Blättern eine andere sein. Sie sehen schon, also dieses Kontextwissen bezüglich der Medienlandschaft ist eigentlich auch ein unerlässlicher Punkt, wenn es um kritische Medienkompetenz geht. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum jetzt in der Vorbereitung von Bildungsangeboten die kritische Medienkompetenz eine große Rolle spielt, ist die Frage, welche Daten werden hier gesammelt, zum Beispiel bei Online-Tools oder bei sozialen Medien, wenn ich die als Lernmedium benutze. Da muss ich mir jetzt zum Beispiel die Frage stellen, braucht dieses Tool denn tatsächlich Zugriff auf alle meine Kontakte oder meinen Standort und steht das wirklich dafür? Das heißt, ich muss mich da einfach ganz intensiv damit auseinandersetzen und die Datenschutzbestimmungen lesen und mich mit den Privatsphäre-Regelungen der einzelnen Tools vertraut machen, weil die betreffen ja nicht nur mich, sondern auch meine Teilnehmerinnen und ich muss das denen auch transparent weitergeben können und erklären können, wenn ich gerne hätte, dass sie ein bestimmtes Tool benutzen, dann muss für die einfach klar sein, was das eben aus datenschutzrechtlichen Gründen bedeutet und welche Daten sie davon sich hergeben müssen. Und indem ich da eben reflektiert rangehe, kann ich da eben bewusstere Entscheidungen auch treffen. Übrigens eine Liste sicherer Tools haben wir unter unseren Ressourcen und im Modul 4 haben wir ja schon das Wichtigste über Datenschutz und Privatsphäre bzw. Sicherheit in Bildungsveranstaltungen in der Erwachsenenbildung besprochen. Ein weiterer Punkt, den ich eben gerade schon angesprochen habe, man kann ja auch soziale Medien als Lernmedium benutzen, indem man jetzt zum Beispiel Lerngruppen organisiert über Facebook, das gibt es ja ganz häufig. Das ist jetzt nicht grundsätzlich ein Problem, wenn das die Teilnehmerinnen auch möchten, ist das überhaupt kein Thema. Allerdings, eben zur kritischen Medienkompetenz gehört es eben auch, sich hier die Rahmenbedingungen der Nutzung trotzdem klar zu machen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Datenschutzprobleme des Facebook-Konzerns, sondern eben auch die Tatsache, die schon angesprochen wurde, nämlich dass Facebook Filter-Bubbles erzeugt, dass sich hier Falschmeldungen rasend schnell verbreiten und dass Hass und Hetze hier an der Tagesordnung stehen. Das ist jetzt für die Facebook-Lerngruppe zwar nicht unmittelbar relevant, trotzdem muss ich mir das, um informierte und bewusste Medienentscheidungen zu treffen und Medienhandeln zu können, diese Dinge eben vor Augen führen und ich kann sie auch zum Thema mit meinen Teilnehmerinnen machen in der Bildungsveranstaltung. Also wichtig ist eben zusammenfassend noch einmal ein mediales Kontextwissen, in dem ich mein eigenes Medienhandeln dann auch einbetten kann.